Ja, mal wieder kurz innehalten, diese malerische Eingangspassage einmal kurz ansehen. Ich find's einfach episch, wie in der letzten Folge. Geil, geil. Naja. So, wir haben eine Mission. Und die werden wir auch ausführen. Ja. Oh, es sind immer diese Dingensanfragen, die gehen einem nicht auf die Nerven, aber wenn man gerade im LP ist und deswegen nichts zugesamachen möchte, dann ist das doch relativ unfair gegenüber dem Let's Player und euch. Und deshalb, wer schon in die Kommentare irgendwas geschrieben hat, bin noch nicht zugekommen, das zu sehen. Höchstens, mal so durchrechnen, höchstens zu nächsten Montag die Folge, also zu kommenden Montag die Folge. Ab der könnte ich, äh, ab der ist dann, oh Gott, da komme ich schon nicht mehr zueinander, ab der und dann ist dann die nächste Aufnahme schon wieder rum, also hab ich eure Kommentare dann, falls ihr welche gelesen habt, geschrieben habt oder ob ihr jetzt noch welche schreiben wollt, zu Sachen Vermächtnisnahme. Könnt ihr euch aussuchen? Zumindest könnt ihr euch was vorschlagen, ich wähl's dann aus. Äh, ja, dann hab ich alles durchgeschaut, falls da was Gutes bei ist, werd ich's nehmen, ansonsten muss ich selber noch was überlegen, weshalb wünscht ihr euch noch ein, zwei Freunden umgeholen. Willkommen, bitte wählen Sie eine verfügbare Reisroute. Okay, wir müssen aber dem Taxi fliegen. Alter, Alter. Alter, galaktischer Markt. Ach du Scheiße, was da aber braucht man da, wo ich's kaufen kann? Mann! Diese Spacks. Es versaut die Stimmung. Mhm. Alter, galaktischer Markt, Fracht- und Annahmedocs. Und alter, galaktischer Markt, Leiterstartplatz. Und er verschwindet. Jo. T7 bildet sich. Und... Was haben wir hier denn so? Okay. Ups. Ey, die war eh. So viele Missionen, die man jetzt einsammeln kann. Da hab ich ja auch Screenwarten mehr zu tun als innen Screen, theoretisch. Aber... Ich werd nie zu heftig leveln. Nur... So ein, ein bis zwei Level pro... So ein... ein bis zwei Level pro... Pro Zwischenraum. Wolang? Ach ne, und... Wobei, oben ist ne Sackgasse. Ich geh mal erstmal nach oben. Und an, soweit es geht. Wollen wir ein bisschen die Mapper gucken. Ah ja. Mapper erkundet, können runter. Geil. Ich find dieses Spiel einfach vom Design her richtig episch. So, ganz runter. Gibt's ja nicht irgendwas Feines? Kein Laden, gar nichts. Was ist das denn? Was ist mit dir los? Ist das denn so ein Theaterkurs oder was? Mhm. Hi. So, jetzt... Hier lang. Hol die gestohlenen Arketen zurück. Hol die gestohlenen Munition zurück. Hol die gestohlenen Waffen zurück. Was die ganze Karte erforscht. Schön. Was gibt's hier jetzt? Wow. Gott, ist das ein Marsch! Eiei, eiei, eiei. Ach, das sind Gegner! Wie schreckt du mich damit? Oh, was ist das? Eiei, eiei. Oh, wow. Cool, hier ist ein Stien gestorben. Der war doch gerade oder achso das war Geld glaube ich Okay das sind Gegner hier Hab ich gar nicht erwartet Wir haben ja erstmal die erste Action mit einem Lichtschwert gesehen Ich glaube ich sollte mir die 8 als mächtigsten Schlag mal wohin tun Ich hab schon hier Tasten die blöde Ach mach dir mal mach dir mal Hm Ja Eieieiei Das ist ein krass Krasskämpfer Das ist ein krass Wie viel Frucht dass man doch diesen 1-Skill einsammelt Naja Wohlang? Da Ach komm Mann So Da ist so ein Typ wie Wie gehen wir mal lang Wow Du hast die in Ord Waffenlage entdeckt Wieso haben die eigentlich so blöde gepumpt? Sicherheitsdoide? Oh ja, der geht nicht auf. Genial! Und... Da hat der jetzt ewig viel Ding ins. Hallo! Mensch, bin ich eingressen. Oh! Hei je. Ach ne, ich hab ja den insgegen. Egal, die Midi-Packs benutzen sie ja eh nie. Oh, die Mütze! Oh, die Mütze! Oh, was ist denn da? Andere! Oh, das ist ja nicht so. Ah! 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 Alter! Knapp! Aber... Ne, ist auch nicht... Schrott! Dann mal hier! Okay, hier ist nix. Hier wurde wohl schon durchgebügelt. Ist mir eigentlich gar nicht recht. Hier geht mir was flöten. Aber hier ist Story-Mission, das ist halt so. Solo! Da! Scheiße! Ach, ich hab noch... Nein, nicht. So, Konzentration. Das war gar nicht mal so schwer. Alter, ich... Ich hätt mir doch die Güte aussehen sollen. Naja. Ach was! Bonus-Mission. Ich muss mir diese Grundgestuhlen und Raketen jetzt auch mal finden. Ich bin da so... Ein Boss-Teil. Hm. G7. Zielen und Angriff! Ja! Chens! Ja! Ich muss mich aufhören. almost... Ja! Dann! Was ist denn? Achso. Yay. Naja. Das ist also die Brunos-Mission. Mhm. Da ist einer und da ist er. T7, du gehst da drauf. Ich geh da. So machen wir das. So. Gaut gemacht. Hier mit Taktik rangehen. Warte. Warte. Und. Warte. So. Ist das? Oh nein. Die darf ich noch nicht. Ich muss erst die Nebenmission erfüllen. Ach, die ist schon erfüllt. Schwienabbrummi-Spark. Juhu. Durchbricht die Sicherheitstür. Ach. So, dann was hast du noch zu sagen. Oh, ich überziehe euch schon wieder. Kapatonka. Chisabichawanki. 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 3 ran, ja nice. Woah. Ach, die sich aber noch absupfen. Ich hab's clipsab. pacte. Ah, geil Level Up. Ey, was ist das denn? So ist nichts alles. Der ist kaputt. Der ist auch kaputt. Was ist das denn, macht ihr den ganzen? Was war das ganze hier? Och, nice. Level 12. Erfülle deinen Schickler. Du hast dich, ähm, eltenhaft dem Dingens gestellt. Ich mache kurzen, äh, wir sehen uns in der nächsten Folge, dann lese ich euch das vor.